Hallo liebe Freunde, dieses Video ist eine Vorsetzung der RAID-Serie. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein HM-RAID 5 zusammenstellen, worauf Sie bei der Auswahl von Komponenten achten müssen, wie Sie einen Computer zusammenbauen und einen RAID-Array erstellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Alle modernen Motherboards sind mit einem integrierten RAID-Controller ausgestattet und die Top-Modelle verfügen sogar über mehrere. Ob solche integrierten Controller in Motherboards für normale Benutzer gefragt sind, ist eine andere Frage. In jedem Fall bittet einige Motherboards die Möglichkeit, ein RAID-Array zu erstellen. Als nächstes enthält das Video kurze Empfehlungen zum Erstellen eines RAID-Arrays auf einem HM-PC und ein spezielles Beispiel für das Zusammenstellen eines Spezies mit RAID. Zunächst müssen Sie entscheiden, für welche Zwecke und welche Art von RAID Sie benötigen. Weitere Informationen zu RAID-Arrays finden Sie in unseren vorherigen Videos. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Nachdem Sie sich für den RAID-Typ entschieden haben, müssen Sie ein Motherboards auswählen, das den gewünschten Typ unterstützt und über eine ausreichende Anzahl von SATA-Anschlüssen verfügen. Für Ihre Anforderungen wurde beschlossen, ein System mit RAID 5 zu erstellen. Hierfür wurde das ASRock B365M Pro 4F Motherboards mit RAID 0, 1, 5 und 10 Unterstützung und 6 SATA-Festwartenschlüssen ausgewählt. Das geräumige Cooler Master K380-Gehäuse mit einer großen Anzahl von Sitzen für die Festplatte, einem Prozessor des Intel i5-9400F der 9. Generation, einem 6GB 2400 MHz Skinstone-Rahmen und einer 1060-Grafikkarte. Fangen Sie mit den Komponenten, die wir herausgefunden haben mit der Montageform. Installieren Sie zunächst den Prozessor und den Arbeitsspeicher auf dem Motherboards. Dieser Vorgang ist nicht kompliziert. Sie müssen nur herausfinden, wie Sie ihn in eine Steckdose stecken. Wenn Sie zum ersten Mal einen Computer erstellen, sollten Sie auf keinen Fall versuchen, den Prozessor herunterzudrücken und zu installieren, da er nicht installiert werden möchte. All das führt dazu, dass Sie einfach die Beine beugen oder den Prozessor beschädigen. Bei ordnungsgemäßer Installation sitzt es einfach und mühlos an seinem Platz. Auf dem Prozessor selbst befindet sich in der Ecke eine Bezeichnung in Form eines Dreiecks und auf dem Motherboards befindet sich dieselbe Bezeichnung. Dieser Winkel am Prozessor und der gleiche Winkel des Sockels müssen übereinstimmen. Auch am Prozessor selbst befinden sich keine Ausschnitte und dementsprechend Etiketen auf dem Sockel. Beachten Sie das. Wir installieren den Prozessor und reparieren ihn mit einem Riegel. KPU-Footer installiert. Der nächste Schritt ist das Aufbringen von Wärmeleitpaste und die Installation eines Prozessorkülers. In meinem Fall ist der Kühler bereits mit Wärmeleitpaste versiehen. Wir müssen ihn nur installieren. Wir setzen es an seinem Platz und drehen die Riegel. Der Kühler wird immer mit Anweisungen zur Installation geliefert. Machen Sie sich daher vor der Installation mit ihm vertraut und Sie können ihn problemlos installieren. Jetzt muss es noch mit dem Motherboards verbunden werden. Dazu muss der vom Lüfter kommende Stecker in den Sockel mit der bezeichneten KPU-Fan gesteckt werden. Dies Layout hängt vom Motherboards ab, aber die Beschriftung ist immer dieselbe. Installieren Sie als nächstes den Ramm und legen Sie die Tafel beiseite. Um den Speicher zu installieren, ziehen wir die Riegel und stecken den Speicher an den Steckplatz. Hier müssen Sie vorsichtig sein, damit der Speicher auf einer bestimmten Seite installiert wird. Wenn es nicht an seinem Platz sitzt, drehen Sie es einfach um. Sie müssen bei der Installation des Speichers keinen großen, anstrengenden unternehmen und drücken, wenn es nicht einrastet. Auf dem Motherboards befindet sich eine Bezeichnung und deren Nummerierung. Wenn Sie zwei Lamellen haben, stecken Sie Stecker 1-2 an. Wählen eine in der ersten. Wir verschieben den Vorstand und fahren mit dem Fall fort. Jetzt werden wir das Netzteil installieren und ein wenig Kabelmanagement durchführen. Wir installieren das Netzteil an seiner Stelle befestigen. Die Schrauben werden mit dem Gerät geliefert. Wir verlägen die Kabel an der Seite der hinteren Seitenabdeckung und durch diese Löcher stecken. Schalten Sie das Motherboard oben alle anderen von unten ein. Suchen Sie in der Box unter dem Motherboard den Stecker und installieren Sie es auf der Rückseite entsprechend der Position der Platine. Legen Sie es von der Innenseite des Gehäuses in dieses Fenster, bis es klickt. Als nächstes probieren wir das Motherboard im Gehäuse an und finden heraus, wo die Sitze verschraubt werden müssen. In der Regel kommen Sie mit dem Körper. Wir schrauben entsprechende Löcher auf dem Motherboard und dann versuchen wir noch einmal an der Tafel, ob sie zusammenfallen. Wir installieren es im Gehäuse und befestigen es mit den entsprechenden Schrauben aus dem Gehäusesatz. Versuchen Sie zuerst, welche Schrauben passen und dann können Sie schrauben. Der nächste Schritt besteht darin, das Netzteil an das Motherboard anzuschliessen. Wir schließen die Prozessorleistung an. Dies ist ein 8-poliges Kabel und Motherboard Stromversorgung das größte Kabel. Der nächste Schritt besteht darin, die Frontplatte des Gehäuses mit dem Motherboard zu verbinden. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten, wenn Sie dies zum ersten Mal tun. Besonders beim Anschließen der Frontplinker des Gehäuses. Aber keine Angst, alle Stecker sind bereits markiert und alle Anschlüsse auf dem Motherboard sind ebenfalls entsprechend die Gernzeichen. Wir verbinden den Audio-Stecker jeweils mit dem Audio-Stecker. Das ist nicht kompliziert. Achten Sie nur darauf, wie sich die Stecker befinden. Wenn der Stecker nicht richtig angeschlossen ist, ist er einfach nicht an seinem Platz. Schließen Sie als nächstes den USB-Stecker, also den USB 1 oder USB 2, Anschluss an. Es spielt keine Rolle. Wir verbinden die Power-Taste, Reset und die Anzeige einrichten. In den Anweisenden für das Motherboard sollte der Standort detailliert eingegeben werden. Die Polarität wird normalerweise auf der Haupt-Latine und den Stärken angegeben. Neben einem USB 3.0 Kabel ist auch hier alles signiert. Hier sind die Speichereinrichtungen dran. Für unsere Rate verwenden wir 6-VD-Festplatten mit jeweils 320 GB. Wir installieren sie, reparieren und verbinden die Stromversorgung und verbinden das Data-Kabel mit dem Marvel-Boss. Da nicht genügend Stromanschlüsse vorhanden sind, um alle Laufwerke anzuschließen, und verwenden wir die entsprechende Adapte. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Nun, es bleibt nur die Grafikkarte zu installieren. Wir probieren es in dem Gehäuse an und brechen das entsprechende Fenster aus. Dann setzen wir die Karte einfach in den PC-Express-Steckerplatz ein und befestigen sie mit Schrauben. Nach der Installation schließen wir das Netzkabel der Grafikkarte ein, damit ist die Montage des Computers abgeschlossen. Jetzt ist der Computer zusammengebaut. Sie müssen nur unser RAID in BIOS konfigurieren und das Betriebssystem darauf installieren. Dann öffnen Sie das BIOS und wechseln Sie in den erweiterten Modus Erweitert in der Rapid Storage Technology. Hier wählen wir RAID Volume erstellen. Wir geben den Namen an, wählen den RAID Typ aus und markieren die Laufwerke dafür. Und unten klicken Sie auf Volumen erstellen, Änderungen speichern und verlassen. Nun bleibt das Betriebssystem zu installieren. Dazu benötigen Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk oder eine bootfähige Festplatte. Wie man ein bootfähiges USB-Laufwerk erstellt und das System installiert, haben wir separate Videos auf dem Kanal. Hier ist alles Standard. Wir boten vom USB-Laufwerk, wählen die Sprache aus und installieren, geben den Schlüssel ein und wählen die OS-Edition aus, die Sie installieren möchten. Wir akzeptieren die Bedingungen der Vereinbarung. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie ein Laufwerk ausführen. Wie Sie sehen können, sieht das System ein Laufwerk pro 1TB. Dies ist unser RAID Laufwerk. Wir markieren es und klicken weiter. Das System ist installiert. Wenn ich mein Computer hier öffnen, sehe ich eins der RAID Laufwerk. Nachdem Sie die Eigenschaften geöffnet haben, können Sie sehen, dass dies unser RAID 5 ist, das wir erstellt haben. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch ihn hoch. Stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.